Hm, los geht's! Tja, nach was sieht das wohl aus? Aber bevor ich da reingehe, schmamm mich lieber und versteck mich wie ein feiges Huhn. Nein, natürlich nicht. Hier gibt's irgendwo eine Rüstung im Wasser, die mich noch mitnehmen. Denn das kann ja nicht verkehrt sein. Dann gehe ich da durch. Da-na-na-na-na, Leben, Leben hab' ich voll. Ich hab das Utra Health Teil eingesammelt. Vielleicht hab ich voll das Leben. Da ist doch die Rüstung. Ja, das sind solche Sachen, die ich einfach noch weiß. So, da drüben ist der Eingang, da ist ein Grafik. Schmankerl. Ich hab irgendwie heute so einen Bayerischen Tick. Ist nicht wahrscheinlich daran, dass es bald Oktoberfest ist. Keine Ahnung! Ich weiß es nicht. So. So. Kluck, 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 kluck. So, ja. Das wär' jetzt auch gewesen, weil sonst hätten wir nämlich auch ein Schlüssel verpennt. So. So. Rein da. Ob in die Mitte. Dort ist er. Ja. Hi. Hi. Ja, hi hey, Kollege. Au. Falsche Waffe, Falsche Waffe, falsche Waffe! Au, au, au. Ja, das macht die Schaden. Das macht die Schaden, Kollege. Das macht die Schaden. Ah, Hilfe. Keine Munition mehr. Da sind rote Boxen. Da sind rote Boxen. Boom. Das war das Auto. Nummer 1. Ah. Äh. Puh. Stirb, 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 stirb. Fakt, wir nehmen keinen Schaden durch Dings. Box. Boom, 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 boom. Zum Beispiel ist das... Au, 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 au. Äh, ich hab eins vor dem. Au, 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 au. Ich bleib lieber in der Nähe von dem roten Ding hier. Das gibt mir schön... Wo ist er? Ah, der wusste. Au, au, au. Oh Gott, Rambo. Lass es. Ich treffe ihn nicht. Au, au, er hat mich umgenutzt. Scheiße. Ja, Roundhouse Kick, Chuck Norris. Wir wissen Bescheid. Ja, ich sag doch, die Bosse hier sind ein anderes Kaliber. Den letzten einen gerne mal. So, aber er hat... ...nicht mehr so viel Leben. Das heißt, ich bin hier wohl etwas im Vorteil. Wobei, das würde ich auch nicht sagen. Denn ich bin schon wieder tot. Oh je. Das kann lustig werden. Schau wie das. Ich hab mal ein Leben. Zweie. Okay, zwei in dem Fall. Ja, ist ein Ordnung. Das ist schade. Ja. Das ist noch nix mehr. Oh. Oh. Angst. Ich werd nicht so vorlaut, mein Freund. Das war nicht gerade leicht. Aber. Dafür gibt's das hier. Das sieht doch schon mal sehr lecker aus. Pulse Rifle. Also das Pulsgewehr. Das ist so das Plasma-Gewehr. Und ihr seht's. Andere Munitionen. Wie sieht das aus? Natürlich, was hat der eben gerade verschossen. Das ist schön. Das gibt eine schöne andere Waffe wieder. Und der nächste Level. Fünf Schlüssel. Und dann mit der letzte in diesem Level. Und der letzte. Fünfe Level. Fünf Schlüsse überhaupt. Level sieben. Dann ist das hier Level. Fünf. Wrong. Damit hätten wir Level fünf. Und Level vier. Die Ruinen. Und was ist Level fünf? Die Katakomben. Okay. Was haben wir in Level sechs? Straitop Village. Also Baumhaus. Äh. Dorf. Das verlorene Land. Und. Die finale Konfrontation. Okay. Tja. Denkt aber nicht, Level acht ist nur. Ja. Ein Bosskampf tot. Nein. Das ist es nicht. Ich verzweifle eben, was ich gerade solche Probleme hatte. Mit dem Typi. Dass ich überhaupt die anderen Bosse schaffe. Denn die werden nicht leichter. Puh. Ja. Auf jeden Fall. Reicht mal wieder viel. Würde ich sagen. Und. Ja. Ihr seht's. Obwohl es auf leicht steht. Die Bosse sind. Hart. Das wird nicht viel einfacher. Auch wenn wir gute Waffen kriegen. Waaah. Okay. Tja. Dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann. Bis zur nächsten. Sektion. Let's play 2 Rock. Ciao. Ciao.